Hallo zusammen, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin hier mit einem tollen Video. Vergessen Sie nicht, vor dem Ansehen meines Videos meinen Kanal zu abonnieren, mein Video zu liken und zu teilen. Ich werde Ihnen ein wunderbares Video über Özge und Gökberg präsentieren. Alle Details erfahren Sie in unserem Video. Özge Yagis und Gökberg Demirci, eines der beliebtesten Paare im türkischen Fernsehen, waren in letzter Zeit mit ihrer romantischen Beziehung auf der Tagesordnung. Das Duo hat offiziell bewiesen, dass sie immer noch im selben Haus und in ihrer Beziehung leben. Diese romantische Aussage löste bei Fans und Medien große Begeisterung aus. Özge Yagis und Gökberg Demirci gehören zu den bekannten Schauspielern des türkischen Fernsehens. Mit dem Hijab-Auftritt des Duos in der berühmten TV-Serie Yemin steigerte sich dies sogar noch. Während dieses Projekts lernten sich die beiden kennen und begannen eine romantische Beziehung. Allerdings gibt es im Laufe ihrer Beziehung einige Spekulationen und Gerüchte. Um diesen Spekulationen ein Ende zu setzen, gab der Handwerker eine überraschende Erklärung ab, mit der er ihre Beziehung offiziell bestätigte. Özge Yagis und Gökberg Demirci haben ihre Beziehung offiziell mit der romantischen Aussage bewiesen, die sie kürzlich abgegeben haben. Das Paar gab bekannt, dass sie immer noch im selben Haus wohnen und weiterhin Zeit miteinander verbringen. Und diese Ankündigung wurde sowohl von ihren Fans als auch von den Medien mit großer Begeisterung aufgenommen. Am Ende dieser romantischen Beziehung teilte das Paar besondere Beiträge. Özge Yagis und Gökberg Demirci haben einen mutigen Schritt unternommen, um den Manipulationen ein Ende zu setzen und offiziell ihre Liebe zu erklären. Die romantische Beziehung zwischen Özge Yagis und Gökberg Demirci ist sowohl als Mitarbeiter als auch als enge Freunde im Privatleben bekannt. Die romantische Beziehung zwischen Özge Yagis und Gökberg Demirci ist sowohl als Mitarbeiter als Mitarbeiter als Mitarbeiter als Mitarbeiter. Die romantische Beziehung zwischen Özge Yagis und Gökberg Demirci sind sowohl als Mitarbeiter als Mitarbeiter.